Oh komm, ist hier noch was drin? Ich hab Feuer im Kopf Ne, hier ist nichts So, wir haben ein Oh, guck mal Wir haben einen Tisch Die Mission ist vorüber Und wir haben Naja, wir haben zwei Zauber gekriegt Das ist auf jeden Fall gar nicht mal so übel gewesen Gut, das war so ein Remora, der sich hier unten versteckt hat Der lustige 200 Jahre hier gefangen wurde Weil die das Portal abgerissen haben Auch cool Kommst hier nach unten Beziehungsweise kommst hier auf diese Welt Und Dann reißt einer mal irgendeiner Irgendein Typie dein Portal ein Und kommst nicht mehr zurück Das kommt mir irgendwie bekannt vor So, ich hoffe, ich find den Weg zurück hier Nicht, dass ich irgendwie falsch lauf Die haben mir die übergeilen Handschuhe gekriegt Die uns mehr Rüstung Und mehr Angriffsstärke verleihen Die brauchen wir ja auch Wer weiß, was uns noch in dieser Welt begegnet Und in dieser Höhle laufen wir nach draußen Immer wieder nach oben Schalalalala Ach, da kam ja noch die Monstertreppen, ne? Ne Doch Doch, die kam noch Scheiße Haltet eure Kotztüten bereit L2 Ja, klar, danke Alter, was für ein Spruch Scheiße, dass ich es unterbrochen habe Aber den Witz habe ich trotzdem noch gehört So, ich muss hier hin Und hier ist die 20 Millionen Kilo Treppe Alter, es geht voll aus Auge Warum baut er nicht einen Fahrstein oder sowas? Was lustig ist, äh Selbst wenn ich hier hochgehe Dann drehen mir die Augen So, als würde ich echt da hochgehen Das, was ich so im Hintergrund höre Ist der, äh Ist wieder der bescheuerte Nachbar Der anfängt Staub zu saugen Nämlich immer dann, wenn ich aufnehme Es gibt keinen besseren Zeitpunkt Als immer dann, wenn ich aufnehme Da werden Stühle gerückt Und, äh Sonst irgendwelche So Zeug gemacht Die große Statue von Irknand Ist das beste Bekannte Abbild Eines Schneehelfen Ja Einen haben wir, glaube ich, gesehen Und zwar bei Ne, wir haben noch nie einen Doch, einen haben wir gesehen Das war vor 20.000 Jahren So, der eine folgt mir nicht mehr, ne? Ne, das ist gut Ja, habe ich gespeichert? Ja, natürlich habe ich gespeichert Autosave ist auch da Also, läuft Gut, dann haben wir da noch irgendwie so ein Häusli Das müssen wir erstmal abgehen Weil alles, was schwarz ist auf dem Ofen Auf dem Kompass, das muss entdeckt werden Erst dann können wir uns die Quest widmen Oh, jetzt beginnt es auch zu regnen hier Und zu Donner natürlich Das heißt, ich muss mal ne Ich muss lauter reden Das finde ich toll Weil ich höre mich selbst dann nicht mehr Ach Gott, da sind ja noch mehr Höhlen Scheiße Wollte eigentlich keine Höhlen mehr haben Naja, was ist das für ein Haus hier? Willkommen zurück Es gab wie immer einen Spielabsturz Wäre ja auch zu schön gewesen, oder? Wenn es ohne vollzieht Ich weiß gar nicht, warum da abgeschmiert ist Wahrscheinlich gefiel ihm da oben das Ende nicht So, mal gucken, ob es nochmal passiert Das waren 5 Minuten Ne, den Regen, den lasse ich jetzt weg Guck mal, es regnet ohne Textur Ich speichere nochmal Damit der Regen weg ist So, dann gehe ich mal ein bisschen nach rechts Jetzt ist das gerade geruckelt Wenn ich dann, wenn der Textur nachlade Dann fängt es an zu ruckeln So Manor keep entdeckt Und Schlüssel erforderlich Hat sich das auch erledigt, ne? Obwohl Irgendwas hätte ich doch mitgenommen, oder? Was man verbessern kann Das Das war der Bogen, glaube ich Genau Guck mal, okay Hat sich erledigt Boah, den könnte man aber Besser machen als Oder fast besser als C4 Ah, hier gibt er alles Aber das ist leer Ohne Scheiße Ich glaube, das hier ist eine Station für uns Weil das sieht Das sieht doch sehr danach aus, oder? Hier nochmal abspeichern Weil hier ist alles leer Und ich glaube, das können wir hier sicherlich Bekommen Wenn man die richtige Quest macht Wenn man die Quest machen will Na, Synchron-Level-Design Kriegen einen kleinen Bonuspunkt Oder steigen wir dann einen Punkt auf Wegen der Sache, ja? Die Höhle, die war nämlich ganz gut Ganz gut designed eigentlich Wo renne ich jetzt eigentlich hin, hier? Da taucht immer was auf Alter, wie künstlich die Stadt da unten aussieht Ne, und die Synchro Dass sie die Stimme verzählt haben Fand ich gut Drusils Grotte entdeckt Wo sind die Höhle? Ach da Wo hast du das nicht gesehen? Ein Drusils Grotte Eine Grotte stehe ich mir jetzt nicht so groß vor Ist das ein Dähter? Ja, ich glaube, der wird mich gleich angreifen Ähm So Franchois Weil Künas Wollen wir nicht mit mir reden Hallo Hier, ich will auch hacken Okay Okay, sehr merkwürdig Ein Tunnel aus Stein Äh Was? Äh Ja, gut Jetzt komme ich irgendwie mit So Oh, heiliges Ein Arschloch im Boden Ja, ich habe oben abgespeichert So Also weiter nach unten Nirnska Pass Okay Nee, dann lade ich doch lieber mal den Autosave Weil Nirnska Da war ich doch ja gerade Da will ich ja nicht nochmal hin So Mal gucken Wo geht es denn hier an? Denkst du Na Gut, er hat sich das auch erledigt Gut, er hustet sich ja nab Dann gehe ich mal hier lang Laufen Steine aber sonst nix Hier ist etwas, wo man hin kann Wissen du Ich glaube ich habe den Ich habe den Zückel der Eurchemisten entdeckt hier Ah, das ist Drosiel Was ist mit diesen Dremora da draußen? Ich habe den Kontakt mit Dagon verloren Einige Dremora wurden hinterlassen Einige haben sie verhindert Einige haben hier nur mit keinem Direktor Ich fand Francois Seidig aus einem Ohrwein Seidig Fasziniert mit dem Er war nicht so viel Nach dann Er hat sich gefordert, dass er hier mit uns gearbeitet Er hat ihm gezeigt, wie er ein Pikax Und er guckt die Tür Wenn du dich interessiert über den Remnants Dann solltest du ihn fragen So, Remnants, okay Ja, gut Dann können wir jetzt mit den Sprechen Uh, die haben Müllenbeinerdicht Er sieht aber sehr Strange aus Was flochen da gerade? Hm Okay, fragen wir mal den Dremora Da haben wir jetzt gerade die Nachricht gehört Was wir ja schon abgeschlossen haben Wahrscheinlich hätten wir hier Zuerst hinkommen sollen Kannst du mir über die Ich weiß nicht, was Remnants heißt Erzählen? Hallo? Öh Erzählen Und mit den anderen, SILENCE! Die anderen, die haben das geschlossene Halt gehalten, für die Kriege gehalten. Ich liebe die Kriege, all diese Kriege. Ich lasse die anderen, aber es vergessen, es zu nehmen. Ja, meine SIGIL, ich lasse es in der Spire, jetzt geblieben. Ich kann es versuchen, zu finden für dich. Ich weiß, wo es ist. Schau für ein Portal, die in der Grunde geraten ist. Mache sicher, dass niemand erläutert. Es ist hier. Geh die Schlüssel! Nee. Okay, er hat etwas vergessen und wir sollen jetzt das Ding suchen. Wir fühlen sich eine Art Verbindung zwischen uns. Ich bin nicht sicher, was es ist. Dann gehen wir mal nach draußen, dann mache ich auch Schluss heute. Oh, das ist ja mal heftig. Ich glaube, wir sollen wieder da runter und irgendwas sammeln. Irgendwas, was nicht wichtig für mich aussah. Ja. Ach, es regnet immer wieder. Ja, klar. Warum nicht? So, ähm... Auf jeden Fall ist da hinten die Quest. Dann sage ich danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. 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 Noa, nein. Zusehen und bis zum nächsten Mal. de Untertitelung des ZDF, 2020